So und da sind wir wieder mit einer weiteren Folge GTA 5 Online und zum finalen Einsatz What the heck? Was war das jetzt? Warum ist der gestorben? Ruffl Mhm Please not troll Die reden hier eigentlich Troll Ah Kann man sich wohl die Fahrt mitsparen Ja da sind ja Tricks Also offensichtlich bin ich jetzt der Pilot Ihr gebt dich zu bei Kiri Äh, in Kiri Ok, jetzt soll ich fliegen das Ding, ach du meine Güte Drei Ja, gut Taktik Für den Feuer Drei Liege dein Team zur Absprungzone ab Drei 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 Okay, weiter die Höhe, wenn dein Team abspringt. Ich kann keine Ahnung. Ah, oh shit. Ah, nein, kakke. Shit. Was ist das? Was ist das? Wie ungeschickt von mir Also nochmal von vorne Oh, in letzter Sekunde habe ich noch die Auszeichnung bekommen Das ist natürlich nicht toll, wenn ich das so passende mit habe Das ist das so passende Das ist das so passende Okay, now fly up to the lab, gaining altitude They'll need to be high for the ground team to hit their drop zone And for your birds electrics to be clear of the EMB I need to Muito looking at the Yamron Oh man, we have to go to the ground, we have to go to the ground team to hit their top zone I have to go to the ground team to hit their top zone Da haben wir Waffe nicht. Nee. Huuu. Ui. 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 So. Da oben ist das Loch. Wir müssen die Basis unterrücken. Woher müssen wir? Trigger die EMP. Hey, get ready to jump. Pilot, keep the chopper in position till the ground team have breached. You're in surveillance black spot. I don't want you drifting out yet. When they're inside, descend and provide cover. Warte und gib ihnen Deckel. Ach so. Ah warte. Genau. So kommen wir glaube ich dann auf die anderen Positionen. Habe ich jetzt eigentlich noch einen Kanar hier drin? Ground Team, time to switch to night vision. Ich glaube die Ö anyways wird dann hier abspringen. Alles klar, machen wir. Wir müssen aber nochmal auf der falschen Button, den muss man. Hallo Orangana. Oh. Oh. So. Halt die Ö. Oh. Die Schrauben sind auf dem Radar in den Westen, um sich bereit zu engagieren. Es sieht aus, dass einige Systeme auf einem Emergency Generator sind. Als die Hauptsache ist, das wird uns Probleme geben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh! Oh, kann er nicht fliegen hier heute. Das ist aber grausam heute. Ich dachte mir, die Bodenziele kaputt. Oh! 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 Oh, Mann. Der war nur ein bisschen dicht dran beim Lenden. Oh, no problem. So, ein letztes Mal, hoffentlich. So, auf einmal, damit das Video hier nicht überall hinbekommen, man wieder bezahlen kann. So, die Vorsetzung gibt es dann in der nächsten Folge. Okay, und jetzt, fliege auf dem Lab, in dem wir es sagen, bis später. Okay.